Wir sind Schüler der CHD Selin aus dem Abiturjahrgang. Ich bin Svea Bösel und ich sehe LNG als eine große Gefahr für unser Biotop Ostsean. Mein Name ist Paul Günther und ich halte es einerseits für fragwürdig, dass das LNG-Terminal im Vergleich zu Erneuerbaren so viele Vorteile erhält. Also man darf das zum Beispiel an der Stelle bauen, wo Erneuerbare wie zum Beispiel Windkrafträder gar nicht gebaut werden dürfen, weil die so einen geringen Abstand zu Häusern haben oder haben dürfen. Und zum anderen finde ich es fragwürdig, dass das Schnellverfahren eben nicht verneuerbar gilt, aber für ein LNG-Terminal, was langfristig viel weniger sinnvoll ist.